Dieses Video geht an die Leute, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, warum meine Kommentare deaktiviert sind. Liest ihr euch das vor? Dann wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls euch diese Information gefallen hat, lasst ein Like da. Teilt dieses Video. Ich bin raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer AsunaMods.